So, ich soll die Funktion faktorisieren und eine Skizze machen, also so ausklammern, die Nullstellen finden und los geht's. Ich sehe, ich kann hier, ich habe hier x hoch 3x hoch Quadrat, ich kann das ausklammern. Also f von x gleich x Quadrat mal 1 Fünftel x minus 3 Fünftel. Ja, dann sehe ich, 1 Fünftel kann ich auch nur ausklammern. Also f von x gleich 1 Fünftel x Quadrat und dann x minus 3. Und an der Stelle sehe ich die Nullstellen, also x1 ist 3 und das ist eine einfache, hier so, einfach. Und hier x2 ist 0 und das ist eine doppelte Nullstelle und das 1 Fünftel macht nur irgend so die Form. Und mit diesem Wissen gehe ich jetzt ran und versuche das zu skizzieren. Jetzt wäre es vielleicht gut, es nochmal hinzuschreiben. So, also wir hatten y gleich 1 Fünftel x Quadrat x minus 3, also eine Nullstelle bei 3, eine Nullstelle bei 0. Die, jetzt rechne ich nur einen Punkt aus. Ja, so zum Beispiel, also 0 kann ich jetzt nicht einsetzen, aber ich glaube, minus 1, ja, f von minus 1 ist ein Fünftel mal 1 mal minus 4. Das ist dann minus 4 Fünftel. Das ist ungefähr hier. Schön. Gut, ich habe bei dem Quadrat eine doppelte Nullstelle, also muss der irgendwie so sein. Also es kann ja nicht so sein, weil ich habe noch den Punkt, also der ist wieder weg. Dann habe ich bei 3 eine einfache Nullstelle, wenn der hier so ist, dann muss der so durchlaufen. Ja, und dann habe ich hier diesen Punkt und den Rest mache ich als Skizze, ein Punkt genügt mir. Ja, so schaut es aus. Also das war hier die doppelte Nullstelle bei 0, die einfache Nullstelle bei 3. Und es hätte ja theoretisch sein können, doppelte Nullstelle, einfache Nullstelle, dass es so ist. Aber dieser eine Punkt zeigt mir, nö, das Grüne stimmt nicht. So, wieder zurück. Es muss ungefähr diese lila Funktion sein. Und dann schaue ich mir das Ergebnis bei GeoGebra an. Ja, und das ist es auch. So schaut es aus.